Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. SDP, 20 Jahre, die einmalige Jubiläumsshow. Das letzte Release von SDP, die unendlichste Geschichte, erschien im März 2019. Anlässlich des 20-jährigen Bandbestehens spielten Dark und Vincent in der ausverkauften Berliner Wohlheide ein Konzert vor 18.000 Fans. 20 Jahre, die einmalige Jubiläumsshow, kommt mit 36 Tracks. Features kommen unter anderem von Adel Taville, Blockmonster und Capital Bra. Das Release kommt über Berliner Plattenbau und erscheint als Box. Flair Atlantis. Das letzte Album von Flair, Colucci, erschien im März 2019. Ein Jahr später kommt nun das 15. Album des Berliners. Auch wenn Flair bei seinen Alben regelmäßig das Cover ändert und auch das Releasedatum des Öfteren verschiebt, gab es diesmal eine sehr ungewöhnliche Aktion. Eine Woche vor Release zog Flair die digitale Veröffentlichung auf den 21.03. vor. Atlantis kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Farid Bang, Sido und Summer Jam. Das Album kommt über Maskulin und erscheint als CD, als Vinyl, als Box und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.